Herzlich willkommen zurück zu Sniper Elite 4 mit dem Skulldor. Hallo. Genau. Also was wollen wir jetzt machen? Da oben sind unendlich viele Gegner, wollte ich nur mal so gesagt haben. Also Waffen zerstören und Soldaten töten, ne? Konvoi rufen, Waffen zerstören, Soldaten töten. Oder kommt man da jetzt irgendwie gut rein oder wie? Hm. Oder wir schauen, dass wir wieder ein bisschen zurückgehen, so gesagt, die Waffen zerstören, den Konvoi rufen und einen Abt überprüfen und dann irgendwie so von die Straße dort irgendwie hochgehen, weißt du? Oder ganz so rum, ja. Können wir auch machen. Vielleicht müssen wir dann die Leute, die da vorne stehen, gar nicht killen, vielleicht. Na eben, das meine ich ja. Das meine ich, ja. Gut, dann machen wir erstmal Waffen zerstören, so. Dann mal in diese Richtung. Ich glaube, die Ausdauer, die ist schon wieder... Hä, wer redet? Hörst du das? Ja. Da hat doch gerade jemand voller Rotze Italienisch saunah geredet. Ja. Ja. Na ja. Gehen wir einfach da hoch, oder? Ja, müssen wir ja. Eigentlich. Das Ding einer nicht markiert. Ja, genau, weil er mich hier schon wieder sieht, Alter. Alter, mein Sichtbarkeitskreis, der ist so groß. Bist du ein bisschen versteckt? Ja. Ja. Gut. Ein Geräusch. Komm her. Ja. Ich bin sicher, dass ich was gehört habe. Jetzt hat mich bitte beinahe irgendwer gesehen. Der oben auf dem Ikon. So. Hier gibt's ja nichts mehr zu holen. Hier gibt's ja nichts mehr zu holen. So. Hier gibt's ja nichts mehr zu holen. Oh, das ist so was du liebest. Oh, herrlich. Ah, das ist kein Gebüsch, ne? Gerade. Mhm. Aber wir müssen eigentlich eher nach links, oder? Und nicht nach rechts. Ja. Ah, holy shit. Da ist ein Gebüsch. Achtung, Minen. Wo steht das? Ach, dort da. Ja gut, da gehen wir ja nicht hin. Ja, das ist jetzt ein kleines Problem. Sollen wir mal gucken, wenn ich da einen Stein rausschmeiß, wie viele rauskommen. Bleibt auf, zack. Gut, aber dieses Zerstören wird jetzt nicht leise vonstatten gehen, also sollte man eh erstmal ganz Leute da mal rauskillen. Ich hab's ja mal versucht rauszulaufen. Den einen Typen da hinten könnte man rausschießen eventuell. Ja, aber nicht, dass sie die Leiche dann wieder sehen oder so. Moment, ein Geräusch. Ja, dann schaut's doch halt mal nach und geht's hin. Hä, hast du jetzt wieder weggelockt von meinem Stein oder was? Ne, ich hab eigentlich hingelockt, wo du hingeworfenst. Ich hab da runtergeworfen. Oh. Ups. Ich dachte, du möchtest die da rauslocken. Ja, wollte ich auch. Ja, aber dann sind sie hintergegangen und dann laufen sie halt hinten lang. Hä, wo laufen die hin? Ich versteh das nicht. Da oben kommt grad einer. Mh. Mal einfaches Haar. Ah, unten kommt der jetzt. Einer ist bei meinem Steinchen. Schau mal, guck mal da. Ach, packt der da rum? Ich glaub, der packt da rum. Okay. Ah. Wie eigentlich grad alle jetzt hier herschauen, ne? Wenn man auf die Minimap schaut. Ja, schon merkwürdig, ne? Wow. Das ist ein großer gelber Kreis. Holy shit. Ich beleg echt, ob ich den Typen da hinten einfach abklanzte, oder? Hm. Ah, alle wieder weiß. Und soviel dazu. Ja, nee, ich könnt. Ich könnt, ich hab ne Idee eventuell. Könnte funktionieren, muss es aber nicht. Also, speichel lieber mal. ja schon rot also das sehen sie sind unlogisch jetzt gewesen keiner hat hergeschaut aber plötzlich war bei allen gelb okay aber ist okay weil ich kann ja eigentlich an die waffe ohne großartig aber ich muss halt alle da weg locken das wäre nice wenn ich so gesagt alle diese richtung damit sie nicht mehr daher gucken du kannst auch die leute direkt anwerfen aber kann man die dann bewusstlos werfen die direkt anziehen können und die gehen aber auch nicht weg das nervt richtig hart sehen sie mich da jetzt auch ja genau das sehen sie mich auch hinter dem ab ja gut ich finde das alles zu unrealistisch also gerade nervt irgendwie die ja bei dir auch ich kann so viele steine werfen wie ich will die reagieren einfach nicht die sollen da weggehen aber das machen sie nicht bleiben da einfach stehen das nervt als würden sie machen die wollen immer losgehen bleiben aber stehen so schau mal da war nix jetzt rennen wir noch mehr rein ja lauf halt bis mal weg ja irgendwie erinnert sich gerade nichts oh 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 sehr schön Gott sei Dank ne man ichulla muss echt gefühl bis rambo mäßig vorgehen weil die spielemechanik ist bet anime furchtbar achso nein ich will nicht Aaaaaaah! Geh da hoch! Aaaaaaah! Habe ich ein Muzzle? Ich komme noch nicht weg! Warte kurz. Jetzt weiß ich auch warum die da nicht weggekommen sind. Scheiße ist da irgendwo ein Bust oder so? Äh hier. Oh, okay. So. Wo sind wir denn eigentlich? Ah genau, also wir wollen ja jetzt zum Abt, die Abt prüfen. Ja, da kommt irgendwie mal hergelaufen. Mehr werde ich hier nicht finden. Hm. Tink! Schön das Auge weg. Ja halt, dann haben wir das eigentlich erledigt. Dann müssen wir zum Konvoi rufen oder an Abt rufen. Sowas irgendwie. Den Abt da mal durchsuchen, ja. Ah, ich... Der ist doch irgendjemand. Ah ja jetzt. Aber ich seh den nicht. Ach da also. Toll, daneben geschossen. Wow, was? Ah. Hat der jetzt überleg... Ach, Deckung auf. Alles klar. Warum verstehe ich das natürlich, alter, wie oft wir mit einem neuen Laden in dem Spiel. Holy moly. Oh, okay. Du musst wieder in die Luft jagen, das Ding, ne? Ach, lol. Das hätte ich jetzt vergessen. Hm. Schick, schick. Wow. Wow. Upala. Ah, das ist wieder so ein Starker, oder? Ah, komm. Komm. Deckung. Ja, doch. Ist aufgeflogen. Weil er nicht gestorben ist. Da dürfen wir anscheinend nicht einfach mit dem... Können wir neue Laden? Ich bin aufgeflogen. Ja. Oh. War das jetzt dann zu spät? Wollen wir mal... Ah ne, passt. Oh, der lebt ja noch da. Oh. Ah. Hm? Muni-Verschwendung. Meine Fresse. Weil ich dann auch immer drauf schieße, aber dann... Hast du es gleichzeitig geschossen? Ja. Ah, okay. Kurz erstmal beruhigen. Erstmal, dass es sich alles hier beruhigt. Da ist der Typ. Oh, nicht laufen. Dankeschön. So. Jetzt sind die zwei endlich weg. Ja, der andere ist nie verreckt. Weil der mal gelaufen ist. Dann hab ich halt geschossen. Wollte unterm Lauf ihn irgendwie killen. Aber das macht keinen One-Hit. Wow. Das sind viele. Wow, das sind echt viele. Holy shit. Dann weiß ich gar nicht, ob wir die alle killen. Alter, die laufen auch grad so hier rum. Warum? Nein. Alter, auf der Karte ist so viele Gegner, dass es so... Aber die sind eigentlich nicht in dem Suchbereich, ne? Das sind eigentlich alle... Aber die rennen halt rein, sobald da irgendwas ist. Sobald ich mich jetzt aus dem Ding weg bewege, kommen sie alle hergeschossen. Oh Gott, da kommt ein Panzer. Was? Oh. Oh, der ist auch gelb. Ist ja schon. Jetzt nicht mehr. Natürlich. Natürlich. Wir könnten Fahrräder jetzt rausschießen können. Wir könnten die Ketten kaputt schießen. Früher konnte man... Soll ich doch, da fährt der Hörer. Früher konnte man mal die Panzer zerstören mit dem Schuss. So auf den Tank oder sowas. Ah, jetzt sind's alle wieder weiß. Ah, das ist sehr gut. Das freut mich natürlich. Ah, warum bewegen die sich alle so? Gehen wieder alle auf ihre Position. Da kommt gerade einer zu uns. Okay. Den könnten wir uns mit Nahkampf rausnehmen. Eventuell. Wenn ich hier hoch geht oder sowas. Lalalalala. Ich will unsere zwei Wochen nur so rausschauen. Hä, warum ist der jetzt alarmiert? Nein, da ist ein Schafschütze! Nein, da ist ein Schafschütze! Nein, da ist ein Schafschütze! Nein, ich hab die Leiche gelangt! Ach, ist der tot? Ach. Ja. Weil die Leiche hier lag. Wie viel bei dir da lag? Nimm die Leiche, verdammt. Schmeiß die da runter ins Minenfeld. Nein, nein, nein. Ich habe nicht entstanden. Dieser Mann. Hä? Was? Da kommt der Panzer wieder. So, jetzt pass auf. Hm, jetzt dreht der hier ja wieder, ne? Hm, da geht eine Leiter runter. Hm, da geht eine Leiter runter. Hm, da geht eine Leiter runter. Hm. Boah, ich habe schon viele hier. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Da steht einfach auf der Sack! kann ich mich einfach so... komm, geh da runter also wenn ich Glück habe, habe ich das jetzt gleich gefunden hier, dann müssten wir da keinen können ich habe eine Mine gesetzt für den Panzer ja, ich glaube, ich habe es gefunden dann müsste man die ätherisch nicht killen, oder? na gut, da unten müssen wir trotzdem noch einen Konvoi rufen oder wollen wir die trotzdem jetzt irgendwie versuchen auszuschalten es nervt, dass die Panzer da nicht One-Hit sind ja, das ist jetzt irgendwie Krux so, das ist jetzt... hm, naja One-Hit wäre ganz schön gewesen da komme ich wieder nicht vorbei na 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 also, willst du mich... willst du mich verarschen? hm Feind sucht what? hm wenn ich jetzt wieder gehe? ja, genau das ist wirklich doch einprogrammiert wenn ich aus dem Gebüsch gehe, dass sie dann loslaufen das ist doch einprogrammiert das kannst du mir doch nicht erzählen zeig dich liebe nicht ich erwisch dich trotzdem ach so, ja gut, dann brauche ich die Mine auch nicht mehr, dann kann ich die wieder entschärfen hm so sehr nützlich hm der war noch einer nicht markiert da oh, der ist uns war noch nicht markiert geh runter ja, ich bin entdeckt worden neuladen ja werten markieren, weil ich gerade markiert habe mit dem Fernrohr und dann blässig haben sie mich alle gesehen genau äh hm ja, das hat er wieder überlebt, oder? meine Güte das nervt mich so hardcore, wenn das irgendein Spaß überlebt ach Gott oh, wir müssen wieder ruhiger werden, unbedingt das ja ich bin gerade nur noch am rumballern am besten hä? ach Gott äh, sorry das war ein Kopfschuss das ist gerade zu ärgerlich, weil ich jetzt hier gerade so oh, geht doch kannst du direkt zu mir kommen und dann weglaufen irgendwie dass sich das alles beruhigt komm mal dann laufen wir wieder in die Richtung einfach weg weil wenn wir das die ganze Zeit rumgeballern und dann nachher neuladen wir können jetzt einfach durch dieses Minenfeld da hinten so ja direkt und dieses Lager können wir hier eigentlich echt getrost ignorieren eigentlich schau, das ist doch so programmiert guck, jetzt rennen sie plötzlich da komplett lang da wo ich die ganze Zeit rumgegammelt hab hm können wir eigentlich rechts rum rennen, ja Minenfeld muss jetzt vielleicht nicht unbedingt laufen, aber ja ich meine das war ja kein Problem da eigentlich eigentlich ja stimmt das auch recht sonst nicht mehr gut muss reichen dann laufen wir halt im Umfeld schauen wir mal vielleicht jetzt nochmal speichern wenn wir da draußen sind wenn du den ganzen krass nochmal machen musst warte wie müssen wir denn jetzt gehen ja ok du kommst eh von rechts ok da ist eine Mine kann ich die jetzt kann man die geschärfen einfach hingehen einfach hingehen einfach hingehen einfach hingehen einfach hingehen einfach drücken einfach hingehen ah ok ist weg was hey wie der hat das entschärfen gehört 100 pro hier ist eine wer sagt's denn aber die Mine sind heimtückischer wie die anderen ja Drähte hast du gut gesehen aber ok 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 na ich habe keine gesehen hast du schon schärft ja aber jetzt wissen wir ja das nur die andere die will ich nehmen da so die worte über dem busch da rum ach da holy shit alter also direkt hinter diesen gras das ist dreist der holy moly das ist hier sind aber schon die schilder was kann ich habe die granate getroffen von ihm ich hab die granate aber schade dass das wieder nicht im killcam war ja das ist ja bestimmt geil aus wenn du die granate getriffst war das mit der pistole geschossen oder mit dem gewehr beim ersten mal dass er mich verreckt und im zweiten mal habe ich die granate gekillt ich markiere die hinten noch mal hier ein bisschen so der da ist der laster so das könnte man sogar könnte man schaffen ohne die aufzuwecken also die hinten sind immer noch in alarmbereitschaft wetten die hinten die gelb sind gucken jetzt alle gleich in unsere richtung und laufen her ja ja und es ist doch wie mehr als wie ich jetzt dachte ja den einen könnten wir vielleicht herlocken keine biete nicht bewegen okay ich glaube die habe ich jeder der sind wieder alle alarmiert wo hast du hingeworfen in den anderen busch rüber ja in den anderen busch würde ich gar nicht ich würde ihn so eher da rechte ja genau dahin dann hole ich ihn mir den kümmer dich mal um das geräusch nicht um mich mach halt was das stimmt glaube ich haben do it hä der will immer los rennen und dann macht er mal einen moonwalk und dann bleibt er stehen ein eier endlich verwirrungstaktik ich hab ja was gehört nein du bist schneller wie ich es dreht es sich gleich um natürlich dreht es sich um ja dieses spiel es fuckt einen ganzer ab muss ich sagen ja es ist so manche situationen also scheint äh was ist los what what oder lalalalala hier du wolltest schon immer mal nein jawohl im gebüsch bekommen ich bin im gebüsch und die leiche ist weg also sollte normales nichts passieren partner verblutet ach so schlimm gleich alles klar ja warum aber diesmal aber warum ich wo sind da eier ich lebe jetzt lieber mal in den anderen geschwischt rüber ne ich mach das noch anderes warum hast du den jetzt gekillt nein ich hab gar nichts gemacht grad hä du hast doch auf ihn geschossen ja aber ich hab einfach nur unterstand kopfschuss aber ich hab nicht mal anzugsweise in der richtung kopf geschossen ach so ok ach und jetzt ist alles gut schuld bei denen ok ja ja wenn ich schieße dann ist ok was was da gibt es uns nicht nein nicht nachsehen nein und runter bitte oh ne jetzt sind unsere gewischt ah ist niemand da keine leichte ich weiß nicht was ihr wollt aber warum sind die da jetzt so ausgeweckt alle vier und rennen da hin aber richtig hö 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 400 Ich kann nicht mehr Oh come on Irgendwie könnten wir uns doch das vorbeischütten Ne wenn die zurückgehen Naja wenn die zurückgehen hast du die Kack am Dampfen Aber man könnte die alle ausknipsen Hinten anfangen und Die haben jetzt ganz schön Abstand eigentlich Ich mach den hinteren und den zweiten Ah wobei der eine ist jetzt weg Naja gut egal Ja genau oder Na Meine Treffegenauigkeit machst du kaputt ehrlich Entschuldigung dass ich auf Gegner schieße Öh Im Spiel also wirklich mal Weil du wirst dazu verleitet nicht zu schleichen Das ist Die tun alles damit du nicht Leise bist Geh da jetzt hoch Hä das noch einer Ich weiß es nicht Ich sehe keinen Hä? Herrgott Bist du aufgeflogen? Nein Woher wieso ist das Achso Ach sieht man den Laster Ah Aber die Müssen wir jetzt was machen? Ich weiß es nicht Laster, Laster, Laster Oder machen jetzt Oder machen jetzt einfach nur die Mafiosis Weil da kommen jetzt die Laster Ja wir können jetzt nichts machen oder? Nimm den Lkw mit den gestohlenen Kunstwerken In den Zielfokus Äh Die Schwarze Brigade schafft Kunstwerke aus dem Kloster Einer der Lkw aus dem nächsten Konvoi enthält die gestohlenen Kunstwerke Ich muss ihn identifizieren damit Den Nears Leute ihn abfangen können Okay dann geht uns nichts mehr an Glaube ich Oder? Oder müssen wir vielleicht Die markieren vielleicht mal mit dem Zielfern Ich weiß es gerade nicht Warte ich geh mal lieber hier in diesen Busch und Speicher mal das kannst du mal machen Naja So Map Auf alle Fälle können wir Naja wobei Die kommen hier gleich vorbei gekommen Dann chillen wir noch mal schauen wir noch mal was das ist und dann Ah ok Achso musstest du Leute die Glocke um den Konvoi zu Signalisieren Du musst ja Welche Glocke? Was? Was? Wie? Ich habe gerade keinen blassen Dunst was wir machen müssen Leute Die Glocke? Geht die ganz da hin? Ja ne guck mal das ist eine Aufgabe da Da ich markier es mal kurz Leute die Glocke Wo denn? Wo ist die Aufgabe? Ich habe es markiert gelb Ganz rechts unten da Das zweite von unten LOL Toll Du willst mir jetzt nicht sagen dass wir da gleichzeitig sein müssen Oder? Oder vielleicht ist es auch nicht der Warten wir mal wenn sie das rausfahren Was passiert? Du hast ja gespeichert Spiel wir einfach mal nochmal weiter und guck mal was passiert Sonst haben wir jetzt ein Problem Was? Kann man eigentlich auch wieder da durchlaufen? Wien haben wir ja alle entschärft ne? Mhm Na guck wir sind jetzt rausgefahren anscheinend Ist jetzt auch ein Ziel gescheitert? Ne Von Boy zu signalisieren Ja ich glaube das ist dann trotzdem Die fallen halt wahrscheinlich immer wieder mal raus Und dann Das kann sein Ja klar Ist da hoch Und dann den Weg hier oder? Alter das so viele Gegner drin können wir gar nicht alle mit der so unterschiedlichen ähm Emotionen eigentlich killen Wenn jetzt beim Kloster jetzt nix ist was Geräusche macht Ja dann haben wir Mit diesem Weinberg da hoch gehen sollen Den machen wir Nahkampf kommen Dann sparen wir ein bisschen Muni sparen Heit? Warte Hä? Kein gutes Gefühl Hä? Was zum Teufel Dieses Spiel Hahahaha 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 Komm halt her Komm Da war doch ein Geräusch Perfekt Oh Hä, da kommt gerade einer Hahahaha Du geh mir nicht weg Er sieht mich Oh alter Haha Ich wollte ihn gerade markieren Ja das würde jemand über einen gerade markieren Der hat mich gesehen und ich wollte zurückgehen und dann hast du mich voll geblockt gerade Ach links ist auch einer noch Ja ich hab's gesehen Aber die könnten wir jetzt alle nach und nach herlocken Also so hier so guck hier Schau mal da ist ein Stein Warum lachst du jetzt so Schau mal hier ist ein Stein Warum kommt jetzt der andere runter Der soll da oben bleiben Bitte nicht jetzt genau jetzt Zu diesem Zeitpunkt ist das dein scheiß ernst Oh nein genau jetzt kommt der andere Konntest du den anderen erschießen wenn es ist Ja ich ziele hin Ach Gott sei Dank So Ach leck mich doch Ja jetzt sind wir hier hoch Dass da keine Wachen oben auf dem Turm Auf der Mauer sind Soll ich den einen schießen Das steht eigentlich ganz gut gerade Ja Oh Keine Glück Doch bei mir schon Toll jetzt wäre ich darauf vorbereitet gewesen Ach jetzt rennen sie natürlich alle raus Klar das haben sie wieder alle mitbekommen Was für ne Scheiße Kommt jetzt einer von rechts Was will denn der jetzt Ehrlich Wer ist denn das überhaupt Kommt alle rausgerannt Oh geil Das ist so unlogisch Wieso würden die dann alle rauslaufen wenn da jemand verreckt Da hinten kommen sie auch Was macht denn der Bergsteigen oder was Tja das ist jetzt irgendwie Ähm Können wir vielleicht raus haben Ja dann mit der Pistole oder CD ja mehr Die Leiche wäre nicht schlecht wenn die weg wäre Aber ich weiß wenn du raus gehst du hast ein sehr hohes Sichtraut Bleib im Schatten Das funkt Da ist ein Sichtraut ist kleiner Oh Das funktioniert echt So Hey die sind wieder alle zufrieden Alles klar Gut Und der eine wieder runter Das ist auch schon mal gut Die könnten wir hierher locken Wenn nicht Warte speichern wir kurz Scheiße Moment Moment Ein Geräusch Ja Du hast dein Geräusch gehört Ich würde das untersuchen Und deinem Kollegen nicht Bescheid geben Ein Geräusch Ja hast du gehört Ja Wein Hol das Steine Hol das Steinchen Hey warum ist jetzt Achso der hat die Leiche Ja genau Jetzt hier Hä Weil sie nochmal die gleiche Leiche sehen Oder was Hä Ich bin sicher Dass ich was gehört habe Hä Achso doch Okay Animationen sind aber ganz cool Finde ich Die sind cool Ja Gleich So dann haben wir den schon mal Da können wir eventuell Den da noch irgendwie Wo ist denn der überhaupt Heut Jetzt fällt ihm auf dass einer fehlt Really nigga Wieso rennt der jetzt los Ganz ruhig Guck mal da ist ein Geräusch Was war das Guck da hinten War doch ein Geräusch Ein Geräusch Alles ist Ja Witz So Wir werden gierig Hm Die sind alle relativ nah beinand Ah der eine Ah die beruhigen sich gerade alle wieder Ich weiß gar nicht wie ich da Ob ich da Wenn ich da jetzt los renne Sehen sie mich alle Weil sie sich genau in dem Moment bewegen Hast du gespeichert Oh Muscle gehabt Leg dich hin Leg dich hin Oh Hat mich nicht gesehen Guck mal ich hab einen Stein geworfen Der unten in der Stadt Der ist alarmiert Oh geil Alter geil Ja du brauchst eigentlich keine Steine mehr Wenn dir jeder Der herkreiert Dann ist das scheiße Ist doch wirklich so Lauter wie ein Schuss Ähm Ähm Lauf vorbei Aber vielleicht Wieso der ist doch Wir müssen hier weg Ja Nein da kommt einer entgegen Nein Nein Ja Ah Ah Ist das schwer ey Also das schwer Komplett heimlich zu machen Das ist fast eine Sache der Unmöglichkeit Ohne Witz Aber nicht weil Aber Ja ich wollte nicht sagen weil es schwer ist oder so Weil die Spielmechanik so voll für nachstehen Weil die so unlogisch reagieren Hallo Alter jetzt wäre ich beinah gesehen worden Das ist der vierte Teil von dem Spiel Wie kann es sein dass der vierte Teil so ein Da war der zweite Teil besser verdammte Axt Hey lol Was machen die jetzt Das ist so lustig Aber warte Ich könnte es jetzt zu dir locken Und dann Lock mal den anderen weit weg Weiter weg Da war noch ein Geräusch Da kann man die Leiche nehmen Vor die anderen kommen Was der ist tot Ne der macht nur ein Nickerchen So Nein Ja gut Vielleicht geht das Oh da kommt keiner Hoffentlich siehst du den nicht Oh nein da kommt noch mehr Warte vielleicht ist das die Chance Oh Gott sei Dank Den anderen müssen wir auch gleich Wenn der um die Ecke kommt What Achso der hatte Der hatte die Rüstung an Helm ja Ach der hat den Alarm geschlagen What Vielleicht soll man Ja jetzt ist es blöd Wenn die jetzt Achso ne die gehen nur wieder in Deckung Vielleicht wenn wir wieder Geduld haben Da liegt ein Tod Da rennen wir alle hin Der wurde vom Schachflützen getötet Ist gut Oh nein 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 Nö 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 Gibt es doch nicht Hätte er Der hat sogar gesagt Zwei Heckenschützen Ne Echt Krass Hm Ist ja richtig schlau Ja Wo sind wir eine Also sie kriegen nichts Nicht mal mit Wenn da irgendwelche Schüsse Aus Busch rauskommen oder? Boah, meine Muni ist jetzt schon wieder knapp. Also jetzt sind wir doch wieder Rambo mäßig oder was hier unterwegs. Ja komm, die werden jetzt hier gleich in den Busch gekommen. Wir hätten uns auch abstimmen können. Ah, Kiefer weg. So, wo ist der nächste? Da hinten irgendwo. What? Eigentlich mag man hier durchsuchen. Ah, da kommt gerade einer. Also ich bin im Schatten, alles gut. Schießt du, oder? Ich habe ja keine Muni mehr, deswegen. So. Upp, da kommt noch mal einer. Ah ja, ich gehe schon in den Busch. Wo müssen wir? Leider. Alles klar, nee? Was soll man hier machen? Die Leichen lasse ich jetzt. Und zerstören. Es geht einfach teilweise nicht anders. Es geht nicht anders. Wenn die, wenn du irgendwo ganz heimlich störend leise, irgendein, hinterm Schatten oder so, irgendjemand messerst, weißt du? Und dann plötzlich, er, öh, und alle, hä, hast du das gehört? Und alle rennen hin. Da kannst du nicht heimlich sein. Es geht nicht. Es gibt manche, manche Momente geht's, da kannst du jemanden, äh, messern direkt neben ihr und da, hä? Wow, das ist ein Gegner. Alter, voll, voll geschockt gerade. Oh Gott, das ist... Oh, ich habe dich angeschossen. Du bist im Weg. Oh, da ist noch einer. Da, 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 da. Oh, Alter. Das geht so ganz nett. Hat er dich gesehen? Oh, Scheiße. Das sind zwei easy Gegner gewesen. Krall. Hey, warum rennt der jetzt? Hey, wo will der jetzt hin? Mhm, okay. Wo rennt denn der hin? Tschüss. Lebe wohl. Ja. Ich weiß ja nicht, was der da will, aber... Ach, du bist schon weitergegangen. Mhm. Ach so, der geht ja immer da hin. Genau. Hm? Ich komme hin. Also, den einen kann ich gleich rausnehmen jetzt. Der kommt gleich zu mir. Weg. Das haben sie wieder nicht gehört, oder wat? Das war ja ein Schalldämpfer. Ich den rechten von dir aus gesehen? Also, den mit dem komischen Punkt noch über... Wow. Ich musste schnell beide machen, weil die haben mich gerade gesehen. Ja, alles gut. Wie kann man hier... Ah, ja, ja. Ich durchsuche gerade eine Leiche, würde da noch nicht einen Timer anmachen. Mehr werde ich hier nicht machen. Ach so, der geht nicht. Okay, dann Timer bitte starten. Und... Was ist da hinten eigentlich? Was soll ich denn da machen? Irgendwie jemanden killen, normalerweise mal. Ah ja. Ah ja, okay. Ach so, das war das Primärziel sogar. Okay. Äh, nicht B, M. Ähm, und jetzt da hoch, oder? Oder... Ah, aber wir könnten hier auch über eine Brücke gehen. Wir wären direkt im Kloster. Aber das Artillerie-Geschutz, oder? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe wieder die Angst, weil oftmals ist es so, wenn du jetzt die Hauptmission machst, dass es irgendwie direkt beendet wird. Ja, das ist, denke ich mal, auch gerade, dass man das... Weil die Bistur davor warst jetzt nicht, aber da jetzt vielleicht... Weil die erste Mission, dann musstest du raus. Du musst zum Ausgang von dieser Map. Ja, aber bei den restlichen... Ne, da ist immer direkt eine Zwischensequenz gekommen, oder so, also so eine Art Zwischensequenz, und dann war es... Also das würde ich erstmal ein Up überprüfen. Ja. Passt. Sollen wir trotzdem da oben lang laufen und dann Waffe zerstören, Glocken... Oder gehen wir oben und dann einmal rum und dann... Ach, keine Ahnung. Wir wissen ja, wo er ist, und dann können wir den ja schön vermeiden eigentlich, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, dann machen wir mal hier. Ja, ja, gut, außer er läuft halt dann zu uns irgendwie... Aber jetzt laufen wir erstmal da außen rum. Also hier die Straße runter und dann da hoch. Ja. So. Loll. Hä? Was sind das, die Mafios, die sie da jetzt gerade... Angreifen, ich weiß es nicht. Was soll denn? Keine Ahnung. Aber das ist dann wieder sowas Blödes, wo wir nicht rumrum kommen, dass die Deckung aufliegt. Schauen wir mal, was die da machen. Alter, ganz ehrlich. Der Charakter da, wenn ich... Wenn der... So wie der schnauft, da darf er gleich im Herzinfarkt sterben. So. Achso, da links ist es sogar. Also eher links. Ach lol, wir sind jetzt eh... Ja, gut. Ist mir irgendwie eh anders gelaufen, wie ich gedacht habe, dass wir laufen. Irgendwie habe ich es gerade verpeilt. Ne, ich bin genau so gelaufen, wie ich wollte. Ah, okay. Passt. Alter, bist du schon mal. Ich bin nur zum nächsten Busch gelaufen. So. Alter, das Kloster ist scheiße. Die Wandern ist das groß. Das ist mir erstmal von hier so richtig. Ich hoffe mal, dass wir da drinnen niemanden suchen müssen. Ja doch. Ich muss aufziehen. Im Schatten bleiben. Sag mal, hier ist doch irgendein... Hör mich bescheuert. Wo ist er? Der ist über uns irgendwie passant. Hä? Was? Soll ich erstmal in den Busch gehen? Hä? Vielleicht ist der... Gibt es da vielleicht irgendeine Höhle oder sowas? Das glaube ich anscheinend auch, ja. Ich dachte jetzt eher, dass du vorne reingehst. Deswegen bin ich zu dem Fenster gegangen. Wo sind die doch... Wo? Und das Schallpistolen... Achso, Pistolenmonition. Oh Mann. Ah! Okay. Ich glaube, ich weiß, wo der andere war. Na ja. einer so truppe fehlt und kommt daher eigentlich ist ja keiner mehr wo irgendwas finden okay krass das war jetzt das war jetzt irgendwie unerwartet hier wie das ausgeschaut ich hab davon leben verloren ja das wurde mir sogar angezeigt weil es so leertaste springen und ich dachte mir und ich dachte mir dass er dazu runter springt nächste plattform dachte dass auf die nächste plattform bespricht und nicht gleich das also einmal ist das spielen holy shit was für ein typ ach gottchen ja da oben ist noch einer aber warum ist unser kreis auch komplett ausgefüllt ich verstehe das nicht so und wie kommen wir da jetzt rein oder wie kommen wir da vorbei noch besser gesagt doch unten lang gehen müssen um die waffen zu zerstören und vor allem wenn wir über die brücke und dann da an dem ding und dann da unten und hätten wir die waffe zerstören können werden da irgendwie eventuell reingekommen und glocke läuten also blöd gesagt man könnte doch jetzt noch mal zurückgehen unten die brücke oder macht man das jetzt am besten ich würde einfach versuchen hier rein zu gehen ab überprüfen und dann vielleicht irgendwie durchzuschleichen vielleicht schon die meisten irgendwie eliminieren glocke läuten und dann gucken damit man da unten die waffe zerstört noch und dann zurückgehen und die typen zerstören okay und mehr ist das mit die zwei einzelnen da eventuell wenn die oben uns nicht die andere wieder kommt oben den dürfen halt nicht mehr die sehen uns die ganze zeit ach man schüttt ah der eine geht runter glaube ich mhm ah der andere ist auch noch vorne gehen weil der andere ist schon noch vorne die sind nebeneinander jetzt mhm weil der eine guckt grad weg ah der dreht sich zu mir hat der einen helm auf? ne nein soll ich ihn rausballern? ja wir ballern beide raus komm ah nein ach du hast den gemeint ich habe den anderen gemeint shit ich habe gedacht du meinst ihn an ich dachte du bist weiter hinten sodass du den anderen rausnimmst und ich den hier oh holy moly oh hier hm also es gibt keinen anderen weg außer diese treppe da oder? ja wo ist denn der andere hin? musst du nicht immer da hinten und hängen machen? ja ich glaube der eine geht da oben und so ist der andere links? einer markier den wen? da ist keiner ne ich 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 habe schon ok oh da oben ist um 2 1 2 vielleicht schaffen wir uns das hier durchzuschleichen ah da ist er hauptziele ist da wo denn? ich habe markiert ich sehe nicht ach da oben ja gut hä? der wird nicht als spezialziel irgendwie angezeigt so wow sind da viele holy moly scheiße wie kommen wir da jetzt vorbei oh da geht es rein kannst du mal sch- warte vielleicht jetzt uah kannst du vielleicht mal speichern bevor wir jetzt den ganzen scheiß nochmal machen müssen? mhm mhm oh das ist gut der eine ist sich- der darf sich nicht umdrehen mhm ob der das nicht sieht? ja scheiße der andere wenn der ist ich darf fuck dreh dich um dreh dich um mhm 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 hm mhm kann ich das aufnehmen und den Oma rausnehmen aber da wollen wir da überhaupt finden ich bin mir gar nicht sicher alter er ist ja mit reingegangen oder was ich wollte eigentlich bissl herlocken natürlich wieder jeder reagiert können wir einfach hier anwerfen nein natürlich nicht komm, 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 komm rein hier hä, was geht denn jetzt auf, warum sind die alle so, holy shit hä, bringen die noch unten in die, in das oh, was, nein, was, oh, jetzt, hä, wo kam der her hey, wo kommt der her ach, hier, hä ach so, lo, was hä, wir können euch, oder ja, was, was auch immer du hier eben gerade gemacht hast vielleicht nicht nochmal machen dieses andere das ging gerade voll oh, lol, ich bin ja direkt neben den gespawnt oh, ich hasse diese Spielmechanik ich kann aber eingesammelt ist das okay dann den scheiß werfen in anderen Spielen kannst du gar nicht nah genug sein, dass sie es irgendwie mal hören und in dem Spiel komm her wieso sind die alle alarmiert keine ahnung nichts gemacht nein so jetzt habe ich gerade noch nahkampf nahkampfangriff gemacht das habe ich gehört, ja schau mal, ob ich die Leiche gleich entzogen kann ach, weil wenn ich unten laufe also ein bisschen Spritter oh, oh, wir kommen oh, die laufen gerade alle hoch äh, dann ist nicht so schlimm, weil ich bin unten ach so ich bin gerade in einem Raum schade, dass ich die Tür nicht zumachen kann ja gut, da ist das andere, na ja gut und die Leiche ist auch weg äh, aber was ich gerade ein bisschen unlogisch finde was richtig, richtig zum Kotzen ist ist, wenn du unten ein bisschen läufst als du so ein bisschen kurz Sprintest, ne also so um schnell dich von A nach B zu bewegen, ne dann hört es dir am anderen Stockwerk ja die müssten sich wir müssen jetzt wieder voll geduldig sein und warten, bis sie sich alle wieder beruhigt haben oh Gottchen ne aber dass das ganze drum geschossen wird wie verrückt ist gar nicht nein, nicht hier reinkommen wohl what ah, toll das ist, ja voll für den Arsch ich kann es neu laden Alter, was für eine Scheiße das war so behindert lol ich glaube, ich habe es gesehen da ist gerade die Leiter runter dann hast du dich erwischt ne, ich war ja so in die Ecke ich wollte einen Nahkampfangriff machen und dann ging das aber nicht hör, warum habe ich eine Leiche in die Hand dann ging das aber nicht weil, äh weil er die Leiter runtergeklettert ist ne und anstatt den Nahkampfangriff von mir äh hat er dann ist meiner dann die Treppe runtergegangen und der andere hat es natürlich ja oh, da ist einer oh, ich glaube diesmal ja, ich glaube das ist jetzt halt voll für den Arsch ja aufgeflogen Mist wir stehen doch nicht, warum die gerade alle mir zählen wo, wo lade ich dich da schauen wir mal nicht alles gut ist, jetzt weiß ich, dass man da runterklettern kann wir haben eine Leiche jetzt hören sie jetzt die Leiter und dann kommen alle runter da ist noch ne Leiter da bin ich in einem Weimkeller dann kann ich ne Treppe wieder hochgehen sehr schön okay, einer geht die Treppe runter und dann geht einer die Treppe wieder hoch und äh komm her, komm her, komm her naja wieder einer weniger was ich krass finde, dass sie wirklich dass es denen auffällt das ist wirklich das habe ich selten dass es denen auffällt dass Leute fehlen das fällt den meisten nicht auf in den meisten Spielen ja, aber das ist ja unlogisch die haben keinen Sichtkontakt oder keinen Funkkontakt und dann so okay, da fehlt jemand naja, stimmt auch wieder können sie ja nicht riechen ja, eigentlich ja gut, wenn du mit dem wenn du mit dem irgendwie Wache hast oder so die waren ja früher ja, kann halt gerade woanders sein können sie ja nächstes Mal rufen John, wo bist du? ja, stimmt ja kann mal sein, dass er gerade im Schiffen ist oder so ja wer dann glaube ich nicht gekillt werden geht dann raus na, kommt der runter? oh komm hier rund oh okay okay okay, die Ecke haben wir aufgeräumt ich bin zufrieden dann speicher nochmal bitte und na, was? ich bin mir gerade nicht so sicher ob ich Schiffen speichern möchte wow, was? hey, das hat sich gerade zu ah, meine nein da laufen ganz viele rein das war gerade zu ruhig oh nee oh nein ja, komm, aber jetzt müssen wir Feier machen wir sind schon wieder bei über einer Stunde okay warte kurz einer kommt noch die Treppe runter den nehme ich noch mit schnell oh ey aber mir läuft es hier so gut hier unten kann ich so gut alle aufräumen okay, da kommt wieder einer runter zwei kommen runter hey, warum hast du jetzt wieder alarmiert? warum gehen die jetzt wieder hoch? warum lockst du den nach oben? was machst du so was? ey, ich bin nur gegangen na, komm schon, Jungs ja, gut komm, nee ich beende jetzt mal die Aufnahme weil ich glaube, das nervt gerade jeden selbst die Zuschauer diese inkompetent von uns beiden hat es gerade gespeichert als du ja oh man gut, aber ich beende jetzt mal hier die Folge ich bedanke mich fürs Zuschauen hoffentlich funktioniert es in der nächsten Folge ein bisschen besser ich mache jetzt eine kurze Pause und dann kommen wir mal wieder hier ein bisschen runter danke fürs Zuschauen und tschüss tschau